Okay, die Nummer 10, ja. Ja, ist ein bisschen heftig, halt noch ein Lied. Kanjoj Chitam. Die Texte gehen übrigens in Deutsch über die Kultur der Maya, die ja nicht ausgestorben sind entgegen der Meinung vieler Leute. Kanjoj Chitam. Ja, die Nummer 10, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja!